Liegestütze-Challenge Part 2 gegen Shred Lifestyle der Babo mit 800.000 Followern. Mein Einsatz, du kriegst mein Fahrrad geschenkt und meine ganzen Klamotten, ich gehe mit Boxershorts in mein Auto zurück. Und wenn der Babo verliert, muss er mir 50 Euro geben. Aber jetzt an den Start und los geht's. Gleich hat er die ersten 10 Liegestütze geschafft. Seid ehrlich, auf wen habt ihr gesetzt? Bodybuilder gegen BMX-Profi, die Leute toben im Hintergrund und rasten aus. Und ich höre mal den Namen Babo, Babo, aber ich lasse mich von der lebenden Stahlsäule nicht besiegen. Er wird doch wohl jetzt nicht aufgeben. Ah, okay, das war Taktik. Er zieht weiter durch. Meine Muskeln werden langsam müde. Wer wird das Match gewinnen? Siege-Locker, oh yes! Wow! Dicker! Der Dengel ist Maschine. Hast du gesetzt auf ihn? Hast du auf ihn gesetzt? Ich bin ein Lauch? Dicker, ich bin ein Lauch! Ich bin kein Lauch! Sieht das nach Lauch aus?